Hallo und herzlich willkommen. Ich nutze auch heute noch Ubuntu. Mit diesem Statement möchte ich dir heute zeigen, welche Maßnahmen ich auf einem Ubuntu, in dem Fall Ubuntu 24.04 System ergreife, um es nach meinen Bedürfnissen anzupassen. Dazu zählen zum Beispiel Snap entfernen, Flatpak installieren, wie ich Apps installiere, welche Apps und was ich so alles an Feinschniff für einen Ubuntu Desktop bei mir selber anwende und wie ich es auch dir empfehle. Interessiert? Dann bleib dran, denn jetzt geht's los. Wir haben hier ein Standard Ubuntu 24.04 System. Schauen wir uns kurz die Lage an. Wir gehen in die Einstellungen, System und dann About und wir sehen Ubuntu 24.04.1. Das erste Point Release von Ubuntu 24.04. Was ich bei jedem Ubuntu System mache, ist erstmal in die Einstellungen gehen und dann gehst du in die Datenschutzeinstellungen bei Verbindungen und deaktivierst, die Verbindung zu prüfen. Warum mache ich das? Weil ich nicht möchte, dass mein System in kurzen Abständen Canonical Server anpinkt. Das hatten wir bei meinem DNS Tracing auch schon mal gesehen. Wenn du das näher interessiert, check gerne mal den Link in der Beschreibung unten aus, der für dich zu dem Video. Da siehst du, wohin ein Ubuntu System sich überall so verbindet. Das stelle ich aus. Das nächste, was ich ausschalte, ist bei Diagnostik oder Diagnosedaten im Deutschen, den Fehlerbericht setze ich auf niemals. Ich möchte das ganz einfach nicht. Man kann natürlich auch sagen, man macht es auf manuell, dann hat man ein Opt-out. Man kann dann festlegen, ob man einen Fehlerbericht senden möchte oder nicht. Meistens will ich einfach mal eine Ruhe haben. Bei LTS-Systemen ist sowieso der Charme, dass nicht so viele Fehler aufkommen sollten. Daher bin ich damit im Einklang. Ein Tool, was ich auf jedem GNOME-System installiere, egal ob jetzt Ubuntu oder Debian oder was auch immer, ist das GNOME-Tweak-Tool, zu deutsch GNOME-Optimierungen. Das können wir installieren mit sudo apt install gnome tweaks. Wir bestätigen, warten einen kleinen Augenblick und dann gehen wir ins Menü und suchen entweder nach Tweaks oder nach Optimierungen. Das kannst du machen, wie du möchtest. Man möchte hier zwei kleine Punkte hervorheben. Das eine ist beim Erscheinungsbild oder Appearance im Englischen. Hier kannst du den Cursor verändern, du kannst die Icons verändern und du kannst die Legacy-Applications, also die, die noch nicht dem LibAd weiter Design-Richtlinien folgen, die alten GDK3-Apps, falls dir das eher was sagt, die kannst du hier konfigurieren und du kannst das hier einstellen, wie du möchtest. Für ein einheitliches Erscheinungsbild ist es bei Ubuntu gerade gezogen. Andere Distributionen, wenn du ein Debian installierst, dann schaut das noch ziemlich übel aus. Da kann ich dir aber auch ein Video empfehlen. Das ist in der Beschreibung unten, da zeige ich, wie ich ein Gnome-Desktop customise. Schau es dir gerne mal an. Der zweite Punkt, den ich empfehle, ist hier bei Fensterverwaltung beziehungsweise bei Windows hier im Englischen. Da kannst du festlegen, wo diese Icons hier platziert werden sollen. Ob sie rechts sein sollen, wie du es zum Beispiel von Ubuntu kennst, von Standard-Gnome kennst, von KDE kennst oder von Windows oder links, wie zum Beispiel macOS-User von euch das kennen dürften. Ich lasse es jetzt einfach mal rechts, ich wollte es nur gezeigt haben. Das Erste, was wir jetzt machen, ist, dass wir erstmal Flatpak einrichten. Wenn du keine Container auf deinem System haben möchtest, kannst du weiterspringen zum nächsten Kapitel, dann brauchst du das nicht. Ansonsten für alle, die mehr auf Flatpak statt auf Snap stehen, hier kommt euer Teil. Als erstes mache ich meinen Spickzettel auf. Es gibt ja einige Befehle und die möchte ich jetzt nicht alle von Hand eintippen. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Alle Befehle findest du auch im korrespondierenden Blogartikel dazu. Also, kein Stress, lehn dich entspannt zurück, schaust dir erstmal an. Nachstellen kannst du es jederzeit später, wenn du hier das Ergebnis bei mir siehst. Ups, jetzt habe ich zu schnell geklickt. Egal. Wie gesagt, wir installieren zuerst Flatpak. Das machen wir mit diesem Befehl, sudo apt install flatpak. Man könnte es auch etwas komprimieren. Ich mache es jetzt lieber einzeln, damit ich dir auch die einzelnen Schritte dazu etwas erklären kann. Wir bestätigen mit Y. Und zunächst wird das Flatpak Binary im Ubuntu-System installiert. Als nächstes müssen wir uns einen Software-Center installieren. Das ist das GNOME Software-Center, was sich hier anbietet. Wir installieren das allerdings ohne irgendwelche Installationsempfehlungen, also ohne irgendwelchen Schnickschnack. Warum? Denn normalerweise würde das ein Snap-Add-on installieren. Und das wollen wir ja eben alles vom System weg haben. Deswegen installieren wir erstmal nur das GNOME Software-Center, ohne irgendwelche Abhängigkeiten. Und im nachgelagerten Schritt installieren wir uns das Add-on für Flatpak. Was machen wir jetzt? Indem wir hier sudo apt install gno-software-plugging-flatpak. Du errätst jetzt wahrscheinlich auch, warum ich das nicht alles eintippen möchte. Im nächsten Schritt müssen wir eine Flatpak-Paketquelle an Repository hinzufügen. Wenn wir eingeben Flatpak-Remotes, dann sehen wir, es kommt nichts zurück. Wir müssen also erstmal das Flat-Hub-Repository hinzufügen. Das machen wir mit diesem Befehl. Und wir müssen einmal unser Benutzer-Kennwort eingeben. Der reguläre Weg wäre jetzt einmal neu zu starten, also sudo reboot. Und wir sehen uns gleich. Willkommen zurück. Wir haben jetzt das Flatpak-Binary installiert. Wir haben GNOME Software-Center installiert. Und wir haben das Add-on für das GNOME Software-Center installiert. Und wir haben Flat-Hub als Flatpak-Repository eingebunden. Das prüfen wir jetzt alles mal. Zunächst wiederholen wir unseren Befehl. Flatpak-Remotes. Und wir sehen, Flat-Hub als Paketquelle ist da. Das müssen wir alles jetzt nicht über das Terminal machen. Das können wir jetzt dann auch über das GNOME Software-Center machen. Ich möchte euch an der Stelle aber noch nicht wirklich verwirren. Wir haben nämlich jetzt derzeit zwei App-Stores auf dem System installiert. Das bereinigen wir nachher, wenn wir Snap entfernen. Aber bevor wir Snap entfernen, möchte ich erstmal die Alternative am Start haben. Denn wenn du einen Browser bräuchtest und hast Snap gelöscht, dann kannst du kein Firefox mehr verwenden und auch kein Chrome. Deswegen erst Flatpak installieren und dann Snap löschen. Wir checken mal schnell. Wir können jetzt Apps installieren wie, sagen wir mal, Spotify. Und wenn wir hier draufklicken, sehen wir als Paketquelle Flat-Hub. Wir sind also startklar. Ich installiere mir gerne einen, wie soll ich sagen, Notfallbrowser. Da würde ich dir empfehlen, an Google Chromium. Es bietet sich auch LibreVolv an. Also da kannst du erstmal nehmen, was du möchtest. Ich werde jetzt mal an Google Chromium installieren. Dann siehst du nämlich auch gleich mal, wie der Installationsprozess einer Flatpak-App über das GNOME Software-Center sich gestaltet. Das können wir jetzt im Hintergrund erstmal laufen lassen. Wir werden jetzt verschiedene PPAs hinzufügen. Ich verwende auch unter Ubuntu noch PPAs. Was sind PPAs? Es ist eine Abkürzung für Personal Package Archive. Das bedeutet, ein Entwickler kann seine eigene App in einem PPA-Repository anbieten. Diese ist in der Praxis neuer wie die App, die Ubuntu in seinen Repositories bereithält. Ein Beispiel, KeePassXC. Das ist ein Passwortmanager. Ubuntu 24.04 hat eine veraltete Version. Die wurde gepackt, als Ubuntu 24.04 aufgebaut wurde. Wenn wir jetzt also hier reingehen und suchen uns einmal KeePassXC. Manchmal ist es etwas mühsam, eine App zu suchen, während eine andere installiert wird. Das sind aber so Praxiserfahrungen. Die muss nicht jeder mit mir teilen. Meine Erfahrung ist das. Dann haben wir jetzt hier KeePassXC Source, also Quelle Ubuntu. Wir haben auch Flatpak. Wir vergleichen die beiden Versionen mal kurz. Wir haben bei Ubuntu 276 und wir haben bei Flatpak 279. Also 276 Ubuntu 279 Flatpak. Das bedeutet, wir haben eine neuere Version verfügbar, die aber Ubuntu in seinen Paketquellen nicht hat. Über das PPA haben die KeePassXC Entwickler die Möglichkeit, die neueste Version ihrer Software als DAPIAN-Paket bereitzustellen. Das hat einen gewissen Charme. Nicht alle mögen die Flatpak-Container. Manche beklagen, dass diese zu viele Abhängigkeiten haben. Dann könnte man auf PPAs ausweichen. Das ist ein Vorteil der PPAs. Der Nachteil von PPAs ist, man muss den Entwicklern vertrauen. Denn man bindet die Paketquelle in das System ein und sie wird dann auch mit Systemverwaltungsrechten eingebunden. Das bedeutet, eine kompromittierte Software kann hier viel Schaden anrichten. Deswegen installiere nicht inflationell tausende PPAs, sondern wähle gezielt aus. Ich persönlich nehme folgende drei PPAs. KeePassXC, dann das Mozilla Team und LibreOffice. Diese drei PPAs binden wir jetzt mal ins System ein. Ich öffne wieder mal eine tolle Liste und wir geben diese drei Befehle ein. Das ist genommen Software-Sender. Schließen wir derweil mal, dass hier nichts in die Quere kommt. sudo add apt repository ppa name slash keypass xc Wir geben unser Benutzer-Kennwort ein. Wir drücken Enter, um das Einbinden des Repositories zu bestätigen. Es dauert einen kleinen Augenblick. Wenn wir dann jetzt sudo apt install keepers xc eingeben oder über das GNOME Software-Sender das Ubuntu-Paket installieren, dann bekommen wir auch die neueste verfügbare Version angezeigt. Eventuell haben wir dann noch Zeit, uns das kurz anzuschauen. Als nächstes binden wir das Mozilla PPA ein. Wir drücken auch wieder Enter. Und als letzten Schritt das LibreOffice PPA. Man muss hier aber auch die Meldung lesen. Über dieses PPA werden Pakete bereitgestellt, die eventuell nicht in dem höchsten Qualitätsstandard entsprechen. Das heißt, sie sind nicht so fein abgestimmt, wie das in einer LTS-Version eventuell erwartet wird. Wenn du sagst, das möchtest du nicht, STRG-C zu canceln, jetzt ist noch nichts passiert. Wenn du jetzt Enter drückst, dann wird das PPA eingebunden und eventuell meldet sich der Paketmanager in Kürze und sagt, ein Update für LibreOffice ist verfügbar. Ich habe jetzt bisher noch keine schlechten Erfahrungen mit Paketen aus dem PPA gemacht. Von daher binde ich das in mein System ein. Du magst das auf eigenes Risiko, wie immer. Wie ich schon vorhergesagt habe, der Paketmanager kommt und sagt da schon, ha, ich habe hier was gefunden. Wir haben KeePass XC und wir haben LibreOffice. Und er möchte KeePass XC 276, das ist die installierte Version, die möchte er durch 279 aktualisieren. Und wir sehen auch hier, dass es vom PPA kommt. Bei LibreOffice wird das ähnlich sein, wenn wir hier den Change Log kurz laden lassen, falls einer kommt, das kann ich jetzt nicht versprechen. Genau, auch hier wird gezeigt, installierte Version und verfügbare Version. Also die installierte Version 24.2 möchte er durch 24.8 ersetzen. Um eure Zeit jetzt nicht zu stehlen, mache ich Remind Me Later und lasse das jetzt erstmal so stehen. Mit dem Einbinden des Mozilla PPAs sind wir aber noch nicht ganz am Ende der Fahnenstange angekommen. Zum jetzigen Zeitpunkt könnten wir Firefox ESR über das PPA problemlos installieren. Aber Thunderbird würde noch nicht gehen. Das ist ein bisschen verzwickt, wie Canonical das gelöst hat. Da Thunderbird als Snap-Paket geliefert wird, verbiegt Canonical Ubuntu so, sodass der Befehl apt install Thunderbird das Snap-Paket installieren wollen würde. Das müssen wir bereinigen. Wir müssen die Priorität des PPAs höher setzen als die des Ubuntu-Repositories. Das liegt daran, dass Ubuntu so konfiguriert ist, dass es annimmt, die Snap-Version sei neuer als die im hinzugefügten PPA. Durch das Festlegen der Priorität für das PPA stellst du sicher, dass Ubuntu kein Upgrade mit der Thunderbird-Depian-Version, also dem sogenannten Snap-Wrapper aus den Repositories durchführt. Dazu müssen wir uns zunächst eine Datei erstellen und diese mit Inhalt füllen, die Anweisungen gibt. Auch hier ist mein Skript wieder soweit. Ich nehme gerne den VI-Editor. Du kannst auch Nano nehmen, wie du möchtest. sudo vi etc apt preferences.t mozilla-team-ppa habe ich es jetzt einfach genannt. Folgender Inhalt muss rein. Es sind sechs Zeilen. Zwei Blöcke würde ich sagen. Dazu komme ich gleich noch. Ich füge es jetzt erstmal ein, damit mir hier kein Fehler passiert. Wenn der Inhalt drin ist, also Rechtsklick einfügen, dann Escape, Doppelpunkt, WQ eintippen, das siehst du auch hier unten, das steht für Write Quit und dann Enter drücken. Die Datei ist jetzt angelegt. Wir können nochmal reinschauen. Der Inhalt ist auch da. Kurze Erklärung dazu. Die oberen drei Zeilen weisen das System an, der Thunderbird-Depian-Paket-Version aus dem Mozilla-Team-PPA Priorität zu geben. Die unteren drei Zeilen hingegen verhindern, dass das System die Thunderbird-Depian-Version aus den Ubuntu-Repositories installiert, was Snap-anaut installieren würde. Okay. Wir werden Thunderbird und Firefox erst zum späteren Zeitpunkt installieren. Hintergrund ist, jetzt ist Snap noch in dem System installiert. Das heißt, Thunderbird ist jetzt als Snap-Paket noch da. Würden wir jetzt APT-Upgrade bzw. Thunderbird als Depian-Paket installieren wollen aus dem PPA, würde er uns ein Downgrade vorschlagen, weil er annimmt, dass das Snap-Paket neuer ist wie das Depian-Paket. Was letztlich auch stimmt von Standpunkt der Ubuntu-Repositories aus betrachtet. Wir wollen jetzt hier aber keinen Frankenstein bauen. Deswegen stellen wir das jetzt nach hinten. Wir werden jetzt erstmal weitermachen. Und zum Schluss werden wir dann Thunderbird und Firefox installieren. Schauen wir uns mal die GNOME-Erweiterungen an, die ich meinem Ubuntu-System oder meinen GNOME-Systemen generell verpasse. Hierzu verwende ich die App Erweiterungsmanager. Die habe ich hier schon installiert. Die könnt ihr als Flatpak-Paket installieren. Wenn ihr einfach eingebt Erweiterungsmanager oder im Englischen Extension und dann den Extension-Manager auswählen und installieren. Ich werde ihn jetzt öffnen. Auf meinem System geht es nicht ohne die folgenden Erweiterungen. Das eine ist Bing Wallpaper. Da bekomme ich täglich wechselnde Hintergrundbilder. Die gefallen mir ziemlich gut. Deswegen binde ich mir das und das System auch ein. Die nächste Erweiterung ist Blur My Shell. Installieren wir. Die dritte Erweiterung ist Just Perfection. Damit können wir die Uhr oben nach rechts verschieben. Und die letzte Erweiterung ist Custom Accent Colors. Install. Was wir nicht vergessen dürfen, ist User Themes. Die müssen wir auf jeden Fall... Manche Distros haben sie schon vorinstalliert. Bei Ubuntu müssen wir sie uns nachinstallieren. Jetzt möchte ich euch nicht einfach nur das um die Ohren hauen und das so unkommentiert stehen lassen. Ihr habt ja vielleicht schon gesehen, dass die ersten Änderungen sich schon einstellten. Gehen wir einfach der Reihe nach durch. Bing Wallpaper nistet sich hier oben ein. Wenn ich ein Refresh Now mache, kommt das tägliche Hintergrundbild. Das dauert einen kleinen Augenblick. Und dann ist das hier da. Das musst du wissen, ob dir sowas gefällt oder nicht. Ich mag es, deswegen zeige ich es einfach mal. Gehen wir zu Blur My Shell. Blur My Shell hat die Möglichkeit, sowohl das Panel oben als auch das Dash durchsichtig zu machen. Mit einem gewissen Weichzeichnungsfilter. Jetzt haben wir hier noch angelehnt an das Ubuntu Dock eine Unstimmigkeit, dass das hier rund ist. Dazu müssen wir ins Dash reingehen und gehen hier von Default Rounded auf einfach Default und dann ist das hier eckig und alles ist wieder gut. Du hast dann hier die Möglichkeit, einerseits das auch auszuschalten, wenn dir das nicht gefällt. Aber wenn es dir nicht gefällt, brauchst du das Add-on auch nicht installieren. Schau es dir einfach mal in Ruhe an. Man kann hier noch einiges vornehmen. Die nächste Erweiterung ist Custom Accent Colors. Klicken wir hier mal drauf. Da haben wir die Möglichkeit, das Theming noch weiter auszudehnen. Wir sehen ja zum Beispiel, die Flatpak App hat hier hinten blaue Knöpfe. Ubuntu selbst ist aber hier auf Orange eingestellt. Das ist ein gewisser Mismatch und den können wir hier ausbügeln. Wir geben hier erstmal ein Orange und dann machen wir Flatpak Theming, GDK3 Theming und Shell Theming machen wir alle drei an. Und dann sind wir hier auch schon fertig. Wenn wir den Extension Manager dann neu starten, dann sollten die Farben Orange sein. Wir gehen aber erstmal weiter. Wir gehen in Just Perfection und hier machen wir es so, dass wir auf Customizing unten gehen und dann suchen wir uns Clock Menu Position. Wir ändern das von Mittig oder Center auf Right und dann müssen wir beim Offset noch ein bisschen Anpassungen vornehmen, damit die Uhr ganz rechts ist. Dann drücken wir einfach hier ein paar Mal drauf und ich glaube ab 8 oder ab 10 ist es genau. Dann ist die Uhrzeit ganz rechts. Das war es hier auch schon. User Themes haben wir bereits aktiviert. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, dann ist alles soweit okay. Wenn wir die User Themes jetzt näher einbinden möchten, müssen wir auch nochmal in das GNOME Tweak Tool und ihr seht schon, hier ist schon der Akzent auf Orange gesetzt. Wir gehen auf Appearance oder Erscheinungsbild im Deutschen und dann müssen wir hier bei der Shell, können wir dann auswählen, Custom Axon Color. Das kann sein, dass das hier ein bisschen im Widerspruch mit dem Blur My Shell ist. Dann hast du aber hier oben das Dunkel und das ist besser eingefärbt. Das musst du selber entscheiden. Auf einem Debian System würde ich jetzt auf Custom Axon Color setzen. Auf einem Ubuntu System würde ich jetzt einfach auf YARUS setzen. Und wir haben auch ein harmonisches Verhältnis. Wenn dir lieber ein Windows ähnliches Erscheinungsbild nahe liegt, dann kann ich dir empfehlen, das Add-on Dash to Panel einzubinden. Ich hatte auch schon mal gezeigt, wie man das in das System einbindet, wie es aussieht wie Windows 10 oder Windows 11. Das Video ist auch unten in der Beschreibung. Ich werde jetzt an der Stelle nicht näher darauf eingehen, weil ich jetzt nicht das Desktop-Konzept ändern möchte. Wir sind, was die Erweiterungen angeht, soweit durch. Was ich mir noch in mein System einbinde, sind Web-Apps. Es gibt gewisse Apps, die ich unter Linux einfach nicht bekomme. Und da kann ich mir mit Web-Apps aushelfen. Da bietet sich dann der unGoogle Chromium oder ein anderer Chromium-basierter Browser, wie zum Beispiel Microsoft Edge, an. Hier hast du jetzt die Möglichkeit, gewisse Seiten in dein System einzubinden. Nehmen wir jetzt mal Beispielsaft. Du möchtest LinkedIn einbinden. Dann gehst du auf LinkedIn.com, die reguläre Webseite. Und dann kannst du hier aus Menü gehen, gehst auf Cast, Save, Share und dann Install Page as App. Dann kannst du hier noch einen anderen Namen eingeben. Fertig. Boom. Bei Edge sind das dann die sogenannten PWAs, also die Progressive Web-Apps. Die sind dann auch über den Edge-Browser möglich. Ist jetzt nicht viel anders wie hier. Allerdings fehlt die App derzeit noch. Ah, ich habe auf Cancel gedrückt. So, jetzt hat sich das hier in einem separaten Fenster geöffnet. Das ist schon der Indikator dafür, dass das jetzt als separate App geführt wird. Und wir sehen jetzt hier auch eine LinkedIn-App. Die können wir uns jetzt auch an das Dash anpinnen. Und künftig wird die LinkedIn-Webseite wie eine native App im System angeboten. Machen wir das mal zu und reproduzieren wir das. Wir klicken auf LinkedIn und es geht eine Web-App auf, mit der uns jetzt der Login zu LinkedIn möglich wäre. Das kannst du auch mit anderen Seiten machen wie Netflix, Amazon, Prime Video. Was auch immer dir davor schwebt, geht alles. Du kannst auch OneNote so einbinden. Das habe ich bei meinem System auch gemacht. Ich möchte jetzt aber nicht eure Zeit sprengen. Wenn dich näher interessiert, wie das geht, unten in der Beschreibung ist ein Link zu einem Video, wie ich das näher demonstriere. Bevor wir uns jetzt ranmachen, Snap zu löschen, möchte ich euch noch kurz vorstellen, welche Apps ich so in mein System einbinde. Dazu gehen wir zunächst mal auf FlatHub. Ich stelle sie euch hier einfach mal kurz vor, indem wir sie aufrufen und dann einfach mal kurz reinschauen. Dialect ist die erste App. Das ist ein Übersetzungstool. Da können wir Sprachen übersetzen, von Deutsch ins Englisch oder Englisch ins Spanisch, wie hier im Beispiel. Das ist eine tolle App. Wenn du DeepL nutzt, dann ist das hier eine Alternative. Ob sie im selben Umfang ist, musst du wissen. FlatSeal ist eine App, die möchte ich auch jedem ans Herz legen, der Flatpak-Apps nutzt. So schön, dass mit den Flatpak-Containern immer klingt, dass es isoliert ist. Aber viele Flatpak-Apps brauchen Vollzugriff auf das Dateisystem. Wenn ein Container kompromittiert ist, hat Vollzugriff auf das Dateisystem, kann er einen gewissen Schaden anrichten, was jetzt wiederum dem schönen, klingenden Container-Prinzip widerspricht. Daher sollte man einfach mal gucken, welche Berechtigungen die jeweilige App eigentlich erfordert, ob sie das haben möchte und wirklich bekommt. Es sind zwei Paar Stiefel und du kannst das hier einstellen. Draw.io nutze ich auch ganz gern. Da bin ich einfach mal einer Empfehlung von Jean von Linux Guides gefolgt. Der hat das auch mal bei sich vorgestellt. Habe ich gesehen, habe ich ausprobiert und mich entschieden, dass das eine tolle App ist, die ich auch gerne nutze. Den Erweiterungsmanager hatte ich schon gezeigt. Nextcloud nutze ich hier, also den Nextcloud-Client. Nextcloud-Desktop heißt es mittlerweile. Nutze ich als Flatpak-App. So kann ich mich mit meiner Managed Nextcloud-Instanz verbinden. OBS Studio. Da kann man Bildschirmaufnahmen machen und alles, was man so zum Streamen und Aufnehmen braucht. C-File-Client nutze ich auch noch. Das ist meine Alternative zu Nextcloud. Ich hatte Nextcloud mal mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und mir ist das zweimal passiert, dass der Client hier irgendwie Grütze gebaut hat und meine ganzen Daten waren quasi schrottig. Deswegen bin ich dann irgendwann weggegangen und bin auf C-File gewechselt. Da habe ich jetzt weitaus bessere Erfahrungen gemacht mit dem Ende-zu-Ende-verschlüsselten Cloud-Storage. Deswegen nutze ich C-File. Die nächste App ist Spotify. Ich gebe es zu, ich bin ein Freund des Musik-Streamers. Ich nutze Spotify gerne und auf meinem System, da Spotify einfach nicht fehlen. Was ich noch verwende, ist VS-Codium. Das ist ein Fork von Visual Studio, allerdings mit etwas weniger Tracking. Was ich auch gerne nutze, ist die Bahn. Auch Railway genannt. Da kann man einerseits Verbindungen der Deutschen Bahn prüfen, aber auch Öfis. Also wenn du Bus fährst oder Straßenbahnen, kannst du hier auch deine Verbindungen prüfen. Eine super Sache meiner Meinung nach. Die nächste App habe ich erst kürzlich entdeckt und ich bin hellauf begeistert. Das ist mein neuer Mastodon-Client, Tuba. Einfach genial, funktioniert super. Joplin ist meine App, wenn es darum geht, Notizen oder Schlüssel zu synchronisieren. Das kann ich mit meiner Nextcloud-Instanz machen. Funktioniert auch super. Eine App, die ich noch relativ neu im Test habe, ist MusicPod. Da höre ich meine Podcasts. Gimp ist eine der Vorzeige-Apps, wenn es um Linux- oder Open-Source-Software geht. Deswegen fehlt Gimp auf meinem System auch nicht. Zu guter Letzt möchte ich noch auf den UnGoogle Chromium hinweisen. Den habe ich ja schon installiert vorhin. Den verwende ich persönlich auch gerne. Und ich verwende manchmal auch Edge gerne. Nicht für private Dinge, aber es gibt manchmal im beruflichen Umfeld, kommt man an Edge schwer vorbei. Und deswegen gibt es Bereiche, wo ich auf Edge nicht verzichten kann. Muss jeder selber wissen, ob er einen Microsoft-Browser installiert oder nicht. Ich möchte jetzt darüber auch keine Diskussion entfachen, sondern einfach nur mal so ein paar App-Empfehlungen geben, die ich als Flatpak-Apps einbinde. Wir machen uns jetzt daran, Snap vom System zu entfernen. Als erstes öffne ich wieder meine schlaue Liste, damit ich die ganzen Befehle nicht abtippen muss. Als erstes müssen wir prüfen, welche Snap-Apps sind installiert. Das machen wir mit Snap-List. Und diese Liste an Apps, die müssen wir dann erstmal löschen. Die habe ich mir hier schon rausgezogen, habe sudo snap remove vorne dran angefügt. Das musst du auch machen. Wie gesagt, in meinem Blogartikel sind die Befehle drin. Zum aktuellen Zeitpunkt kannst du das 1 zu 1 rauskopieren und übernehmen. Wichtig ist jetzt nochmal sicherzustellen, dass keine Snap-Apps auf sind, also Firefox oder Thunderbird oder was auch immer zu sind und nicht in Verwendung sind. Wir drücken Enter. Das wird jetzt einen Augenblick dauern, bis die ganzen Snap-Container gelöscht sind. Wir werden hier eventuell ein bisschen Vorspul in der Geschwindigkeit. Okay, die Snap-Container sollten gelöscht sein. Wir prüfen das Snap-List. Und wir sehen, no snaps are installed. Try and install hello world. Das wollen wir aber nicht. Wir verzichten darauf. Okay, als erstes deaktivieren wir den Snap-D-Socket. Das machen wir mit diesem Befehl sudo systemctl disable minus minus now snap-d-socket. Wenn du das nicht magst, dann würde er bei den folgenden Befehlen eine kleine Fehlermeldung bringen, die auch nicht schlimm ist. Wir können Snap-D auch ohne das stoppen, aber dann sieht es einfach schöner aus. So, wir haben den Snap-D-Demon gestoppt. Jetzt disablen wir ihn. Im nächsten Schritt setzen wir einen Mask, dass der Service nicht wieder geladen werden kann. In diesem Schritt werden wir den Snap-Demon löschen. Wir geben ein sudo apt-perch snap-d minus y. Wir setzen ein Mark, ein Hold-Mark, dass Snap tot bleibt. Jetzt sind wir auch schon so weit, dass wir die Fallsysteme von Snap-D bereinigen können. Das ist nicht unbedingt notwendig, bringt auch jetzt nicht die Menge, aber es ist einfach eine saubere Lösung. So, remind me later. Jetzt werden wir noch eine Maßnahme ergreifen, um zu verhindern, dass Snap-D nochmal installiert wird. Wir werden apt wieder einen Anweisungsfeil geben, das die Priorität von Snap-D einfach heruntersetzt. Also geben wir wieder ein sudo vi etc apt preferences.t. Ich habe es jetzt no snap.pref genannt. Und wir geben diese drei Zeilen ein. Wie schon gesagt, wir setzen eine Priorität einfach entsprechend, dass was nicht wieder installiert wird. Escape, Doppelpunkt, write quit, enter. Jetzt geben wir einmal ein sudo apt-update, um die Paketquellen einmal aufzufrischen. Okay, wir haben ein paar Pakete zum aktualisieren. Und jetzt sind wir am Ende angekommen. Und jetzt installieren wir Firefox ESR und Thunderbird ESR. Dazu braucht es nicht die ganze Zahl nochmal. Da habe ich es etwas zu gut gemeint. Das sudo apt-update können wir uns hier sparen. Wir haben ja gerade die Paketquellen aktualisiert. Und wir geben ein sudo apt install Firefox ESR und Thunderbird. Wir bestätigen mit Y. Wir warten einen kleinen Augenblick. Das PPA ist nicht immer das performanteste. Das heißt, die Downloadraten sind nicht immer auf dem höchsten Niveau. Deswegen kann es einen kleinen Augenblick dauern. Wir machen einen kleinen Schnitt und gleich geht es weiter. So, die Installation von Thunderbird und Firefox ist durch. Wir prüfen das schnell. Und wir sehen, das sind die beiden Kandidaten. Wir öffnen sie mal kurz. Ubuntu ist in meinen Augen weiterhin eine tolle Linux-Distribution trotz aller Kontroversen rund um Canonical. Es hat wieder spürbar Biss am Desktop und spielt auch wieder in der vorderen Reihe mit. So verwundert es nicht, dass ich weiter Ubuntu einsetze. Für mich passt es damit einfach gut. Das muss jetzt nicht jeder so sehen. Ist völlig in Ordnung. Wenn Bauch, Kopf und Herz im Einklang sind, ist das der ideale Zustand. Diesen habe ich nicht ganz, denn die Entwicklung bei Ubuntu geht Richtung Snap. Und das ist der Punkt, wo es bei Bauch, Kopf und Herz bei mir im Kopf Alarm schlägt. Ich weiß um die Problematik Bescheid, aber ich komme mit meinem hier gezeigten Lösungsweg im Alltag noch prima zurecht. Daher besteht aktuell kein konkreter Handlungsbedarf für die nächsten Jahre. Ich finde es dennoch schade, dass diese Schritte nötig sind, doch möchte ich sie nicht missen. Hoffentlich konnten dir diese Schritte helfen. Wenn das für dich zu kompliziert war, weil du noch am Anfang der Reise stehst und dieses Video vielleicht noch mit Windows geschaut hast, kein Problem. Jeder hat mal irgendwo klein angefangen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn du lieber mit einem geführten Wechsel bei Linux einsteigen möchtest, seien dir meine Udemy Online Kurse ans Herz gelegt. Speziell mein brandneuer Kurs Ubuntu Masterclass. Der konzentriert sich auf Ubuntu 24.04 und geht von A bis Z alle nötigen Schritte durch. Nicht nur die Installation, sondern auch Systemeinrichten und wie man mit Ubuntu im Alltag arbeitet. Schreibe dich gerne jetzt ein. Der Kurs ist derzeit im Rahmen der Neuerscheinung noch vergünstigt zu haben. Die Links zu meinen Kursen sind unten in der Videobeschreibung. Schreib mir in die Kommentare rein, was du dazu denkst, ob die Tipps dir helfen konnten. Und wenn du noch weitere Tipps hast, dann teile sie gerne in den Kommentaren mit uns. Wer Bock auf mehr hat, soll dir jetzt ein kostenloses YouTube-Kanal-Abo dalassen. Gerne einen Daumen hoch geben und mit aktivierter Glocke bist du immer einer der Ersten, die über neue Videos informiert werden. Und jetzt noch nicht abschalten, denn in der Endcard gibt es gleich noch zwei weitere Videos für dich für die Zwischenzeit. Das eine thematisiert die Wahrheit über Ubuntu und wieso ich es weiter nutze und das andere Video thematisiert vier typische Linux-Umsteigerfehler. Also, check die Videos gerne mal aus. Ich bedanke mich für die freundliche Aufmerksamkeit. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!